Herzlich willkommen liebe Kryptofreunde und Atomenergie-Enthusiasten. Heute mal etwas Ausgefallenes, was ich euch vorstellen möchte, beziehungsweise ein Produkt, über den wir heute ein paar Takte sprechen. Die einen oder anderen werden sagen, jetzt hat er komplett einen Vogel. Aber wie gesagt, in der Ukraine drüben haben wir doch die letzten fünf Wochen ein paar Anspannungssituationen gesehen. Und da sind doch knapp ein Dutzend Atomkraftwerke drüben. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, vor Wochen schon einmal, so ein Ding wollte ich schon immer haben. Ich habe da ein wenig mich umgehört in der Pro-Abteilung vor ein paar Jahren schon. Also ein echter Geigerzähler, wie man leidenhaft ausspricht. Also im Prinzip ein Strahlenmessgerät, um eben diverseste Magnetstrahlen im Bereich der Gamma-Strahlung und Co. zu finden. Das kostet dann doch gleich einmal 500 Euro aufwärts. Das sind dann Messgeräte, die das auch wirklich funktionieren. Da dachte ich mir mal, schauen wir mal rein in der Low-Cost-Abteilung, was es hier alles so gibt. Und da habe ich auf Amazon natürlich einen üblichen Verdächtigen und wir haben keinen Affiliate-Link unten reingepackt. Das machen wir einfach jetzt so, weil ich hier wenig, sage ich mal, ja, der Atom-Lobby und der ganzen Atomindustrie nicht so recht über den Weg traue. Da habe ich mir mehr oder weniger den kleinsten und billigsten Geigerzähler rausgesucht, den es gibt. Ihr seht es ihm da im Hintergrund. Das ist von FT Lab, der sogenannte Geiger. Das kleine Ding ist wirklich zuckersüß. Das ist das gute kleine Stück. Und wie ich es ja gesehen habe, hier sind vier Anschlüsse. Dementsprechend kann ich ihn jetzt nicht mit der Android-Emulation auf den Desktop euch vorführen. Aber eins vorweg, das ist sicherlich jetzt da von der Messgenauigkeit kein High-End-Produkt. Aber eines kann ich mir schon vorstellen. Ich werde mir den behalten und dann doch einmal wo ausprobieren, wo ich weiß, wo es Radaktivität gibt. Ich bin nämlich ein so Verrückter, der möchte dann, falls ich in der Ukraine drüben einmal diese ganzen Anspannungen aufheben, mal Tschernobyl besuchen. Das soll man nicht glauben. Das ist so ungefähr meine Urlaubsdestination. Ich möchte das Ganze dort live erleben. Da dachte ich mir, da nehme ich einmal so ein gutes Stück mit, dass ich euch dann auch berichten kann, ob das für was ist. Weil ich glaube, dort haben wir dann doch eine Chance, ein wenig Strahlung zu finden. Und da ist halt für mich die Frage, was ist dann mehr oder weniger im absoluten Low-Cost-Bereich die richtige Messmöglichkeit? Wir sehen es, dieser kleine Bolzen. Also noch einmal zur Ansicht, das ist ja wirklich nicht, weiß Gott, wie groß. Also im Prinzip, das ist ein Mini-Stopsel. Wenn du dann auf dein Smartphone reingibst, ist nicht weiß Gott, wie groß. Von der Technologie heraus könnte ich mir vorstellen, dass hier im Prinzip über den Lautsprecherausgang Spannung geschickt wird. Mit dieser Spannung vermute ich, wird da drin so eine Art Mini-Spule betätigt. Und über der Dämpfung heraus, sage ich einmal, über den Mikrofoneingang, wird im Prinzip ein Messjahr zurückgemeldet. Also, dass das jetzt einmal sicher kein High-End-Ding sein kann, ist mir vollkommen klar. Auf der anderen Seite, 50 Euro für einen Megarotz auszugeben, ist dann auch schon ordentlich Stange Geld. Das obliegt an jeden selbst. Aber wenn wir da ein wenig reinschreiben, reinschauen auf der Artikelbeschreibung, hier stehen ja auch wirklich bis zu 30% Messabweichungen. Und ich würde einmal sagen, wenn es zu einem atomaren Fallout kommt, dann wird das ausreichen, um einfach festzustellen, ob es da draußen was getan hat. Ob jetzt bei den diversen Nahrungsmitteln das eine oder andere schiefgegangen ist, wird man mit diesem guten Stück nicht sehen können. Ich werde euch jetzt schnell ein wenig die Oberfläche des... also von der Smartphone die Oberfläche euch anhand des Stacks-Emulators zeigen. Das ist der Stacks, das ist im Prinzip ein Android-Emulator, der aus relativ gut gelobt wird. Ich habe mit denen schon für den einen oder anderen Wallet das gebraucht seinerzeit, um euch das Projekt Daisy vorzuführen. Und hier ist dann im Prinzip diese Smart Geiger App. Aber Achtung, da gibt es mehrere Smart Geiger Apps. Ich habe die originale App, die EX-Version, downgeloadet. Die schaut dann ein wenig anders aus, weil das ist auch in der Bedienungserleitung so beschrieben. Da dachte ich mir, dass das wirklich auch funktionieren kann. Jetzt machen wir das auf. Und im Prinzip, das ist schon die ganze Oberfläche. Wenn du das Ding eingestöpselt hast, schaltest du es hier ein und dann im Prinzip beginnt so eine Art Autokalibrierungsfunktion. Und die Messwerte sind relativ sehr bescheiden. Also hier jetzt nicht irgendwie erhoffen, wenn du da mit diesem Ding irgendwo hinfährst, dass da Wunder passieren. Das Einzige, was fix passiert ist, wenn du da oben raufkloppt, dass dann diese Spule, also dieses Anzeigekreis, dass sich der dann rot blinkt und dann auch ausbewegt und dass das ewig dauert, dass das zurückgeht. Was mir aufgefallen ist, im Bereich der WLAN-Geschichten, da schlägt es schon ein wenig an. Aber wie gesagt, diese Messtoleranz ist unter jeder Sau. Also das ist wirklich so, wie sie auch beschrieben wird, das Produkt. Die einen oder anderen Kommentare meinen, das ist sogar ein Spaßartikel. Ich würde sagen, von der Technologie heraus, ganzer Spaß ist dieser Artikel nicht. Ich könnte mir ja doch durchaus vorstellen, wenn es eine, sage ich mal, sehr gesundheitsschädliche radioaktive Belastung gibt, dass da dieses Gerät vollkommen ausreichend ist, um dir das zum Anzeigen. Weil wie gesagt, Radioaktivität, die kannst du nicht spüren. Und dementsprechend, sage ich mal, wird das auch ausreichend sein. Ich zeige euch jetzt nur dann, im Prinzip, das Ganze ist relativ simpel. Du brauchst hier nur diesen Knopf drücken. Das lasst mir jetzt aber diese Emulations-App nicht. Ich kann sie euch nicht vorführen, weil wir haben hier vier Pins. Ich bräuchte jetzt einen Vier-Pin-Adapter für meinen Desktop-Rechner. So etwas besitze ich leider nicht, weil ich muss ja über den Kopfhörereingang und über der Mikrofonbuchse, über den Eingang reinfahren. Da würde man hier ganz leicht einen Bereich der 0,3 Mikrosie-Wart in der Stunde übersehen, was ungefähr bei mir in dem Bereich auf und nieder geht. Du siehst auch, dass das Ganze mit dem Bereich des Zählens, also im Prinzip eine Messung durchgeführt wird, alles sehr verschaubar ist. Du hast dann da oben noch hier noch einmal die Möglichkeit, diese automatische Kalibrierung zum Aktivieren, aber sie ist eher auf unendlich gestellt. Also du wirst bei dieser App im Großen und Ganzen nicht viel tun müssen. Dann dieser ganze Schmafu, der ist für gar nichts. Also ganz simpel gehalten ist das die App mit diesem Button, wo du da was siehst. Der ganze Spaß kostet dir 50 Euro, wird der geliefert in so einer kleinen Verpackung, also alles sehr verschaubar. Und wenn es zu einem Blackout-Fall kommt, müsstest du schlauerweise die App vorher downloaden, weil wir werden ja dann auch kein Internet haben. Das heißt, du musst dich dann doch ein wenig vorbereiten, falls du dich da vorbereiten möchtest. Wie gesagt, ich habe mir diesen Spaß geleistet, also diese rund 50 Euro, in der Hoffnung, dass das nicht absoluter Oberschrott ist. Falls der eine oder andere von euch schon Erfahrungen damit hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Kommentar schreibst. Ich, soweit ich das herausfinden konnte, es reagiert sehr wohl auf elektromagnetische Veränderungen, sprich im Bereich von WLAN, extrem träge. Aber von der Technologie, wie gesagt, hier vermute ich, dass über den Lautsprecherausgang eine Spule im Prinzip moduliert wird und über den Mikrofon im Prinzip einen Dämpfungswert zurückgegeben wird, ist relativ nachvollziehbar. Dementsprechend, ja, ist das eine App mit einem relativ simpeln Bauteil für heiße 50 Euro, also kein Geschenk Gottes, aber soweit ich jetzt prüfen konnte, die relativ die billigste Möglichkeit, um dich ein wenig vor Radaktivität, also dass du diese Strahlen auch wahrnehmen kannst, dass du dir da was anschaffen kannst, weil im Prinzip die einzigen amtlichen Geräte, was so der Markt hergibt, gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, Konrad Elektronik oder Reichelt Elektronik, also eh im klassischen Elektronikbereich und hier vor Jahren wollte ich schon einmal so ein Ding kaufen, weil wie gesagt, ich besitze doch durch meine elektrotechnischen Arbeit um, ich würde fast sagen, rund 20.000 Euro diverse Messgeräte, auch wenn sie bei den Videos nicht immer vorkommen, aber es ist ein durchschnittliches Messgerät, kostet dann gleich einmal 150 bis 400 Euro und wenn du dann Netzanalyse-Messgeräte und dergleichen hast, die gehen dann gleich einmal rauf im Bereich 5 bis 7.000 Euro, sowas besitze ich sogar, das Problem ist, die sind dann teilweise schon sehr alt, ich hatte ja früher mal eine Firma, dementsprechend ist ja das dann immer mit der ganzen Kalibrierung und der Genauigkeit ein wenig ein Rotz, aber wie gesagt, ich habe da schon den einen oder anderen Hunderter für Messgeräte investiert und im Bereich der Strahlenmessung natürlich, um meine Familie ein wenig zu schützen und auch ein wenig, weil ich den, sage ich mal, Führern unserer Nationen nicht immer so recht über den Weg traue, dachte ich mir, das eine oder andere selber zu kaufen und ich kann euch eines sagen, in der Profifraktion beziehungsweise in der unteren Profifraktion, was eben ein Konrad Elektronik verkauft, sind diese Geräte seit Fukushima mehr oder weniger permanent fast ausverkauft, da musst du aber noch ein wenig aufpassen, es geht hier im Bereich dieser Alpha-Beta-Gamma-Strahlung, dass du da ein Messgerät dir kaufst, weil es gibt dann auch im Bereich der Elektrosmog-Technik-Messgeräte, die dann nur bedingt brauchbar sind, um damit Radioaktivität zu messen, das hat damit zu tun, dieses elektromagnetische Frequenzband ist ja im Prinzip ganz gewaltig groß, du brauchst ja nur reinschauen, im Bereich von den sichtbaren Licht, wo dir die ganzen die Spektralwellen aufgezeigt werden, wie groß das elektromagnetische Spektrum ist und da sieht man dann doch, da gibt es keine eierlegende Wollmilchsau, du wirst da eben für diese Bereich der Röntgenstrahlung beziehungsweise Gammastrahlung, Beta-Strahlung eben diese sogenannten laienhaft ausgedrückten Geigerzähler benötigen, damit du eben das richtige Werkzeug da hast, aber du siehst es selber, wir reden da 429 Euro aufwärts, das ist halt eher die Abteilung, wo dann die Geräte da auch funktionieren werden, im Bereich von Amazon ist meines Erachtens nur dieser billige Kinderrams da, dementsprechend habe ich mir gedacht, wenn ich mir das gute Stück so anschaue oder diese Kiste da drüben, da sind wir halt zwischen 84 und 130 Euro oder dieser, der hat mir auch ein wenig ins Auge gestochen, aber wenn man dann das näher durchliest, so wirklich ein Geigerzähler ist es nicht, dann dachte ich mir, gut, dann nehmen wir gleich den billigen Rotz da mit dieser Smartphone-Geschichte, man muss aber auch eines fairerweise sagen, ich gehe mal davon aus, das Smartphone, also mir geht es auf alle Fälle so, ist dann doch das Gerät, was du am ehesten bei der Hand hast, weil bei meinen Messgeräte, die was ich doch sehr selten brauche, die sind oft so gut verstaut, dass ich die da nicht einmal finde, wenn ich sie brauche, eben für Spezialanwendungen, weil man sie so selten im Anwendungsfall hat, dementsprechend ist das vielleicht ein nettes, ein nettes Ding, wenn es auch wirklich, sage ich mal, so grob funktioniert, dass, sage ich mal, was für uns im gesundheitsschädlichen Bereich notwendig ist, dass uns das Ganze einfach diesen Wert dann da oben anzeigt und das ist ja auch in der Bedienungsanleitung beschrieben, die Bedienungsanleitung sagt uns, wenn hier im Prinzip der Wert über 0,5 Mikrosiehwert pro Stunde, das ist die Einheit für diese Strahlendosis, angezeigt ist, dann bitte messe dann über ein Zeitfenster von 10 Minuten, um eben mit diesen Messfehlern, dass das Ganze funktioniert, übrigens ganz wichtig, du musst dein Handy auf Offline schalten, weil sonst natürlich das Handy selber ja durch den WLAN und der Mobilbreitband, LTE-Modem, sich das Messwert auch mehr oder weniger verhunzt, kann ja nicht funktionieren, das sind ja auch elektromagnetische Wedeln und in der Bedienungsanleitung steht da, wenn hier 50 Mikrosiehwert drin steht, dann hat man es echt mit einer Strahlenkatastrophe zu tun und dann wäre es an der Zeit, dass du das Feld träumst und davon bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich genau um diesen Bereich das Gerät dann so weit funktioniert, um eben dir diese Warnung zu sagen, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr das eine oder andere in den Kommentarleisten zurückschreibt, wie ihr euch bei einem möglichen atomaren Fallout ein wenig vorbereitet, wie gesagt, die einen werden sagen, ja, das ist ja komplett ein verrückter, wie gesagt, Vorbereitung ist halt die Mutter der Porzellankiste, also wer halt vorbereitet ist, der ist dann ein wenig tiefenentspannter und wird dann nicht völlig in Panik ausbrechen, das ist im Prinzip dasselbe wie im Bereich der Blackout, Stromversorgung beziehungsweise auch der Nahrungsmittelversorgung, das ist halt mal auch ein Grund, wieso wir ein wenig Kryptoaffin sind, natürlich im Bereich eines Blackouts können wir mit unseren klassischen Kryptoassets halt abbiegen, aber die Folgeprognosen, wenn sich dann halt doch weltwirtschaftlich das eine oder andere ungemütliche daraus entwickelt beziehungsweise in einen Kontinentalbereich, wo aber eine Wirtschaft dann kollabieren könnte, ist natürlich so eine Sache dann nicht schlecht, wenn man vorbereitet ist und da könnte ich mir vorstellen, dass man mit Kryptoassets doch die eine oder andere Möglichkeit hat, weil einfach dann vielleicht Giral-Geldtransaktionen komplett unmöglich sind und die eine oder andere Kryptowährung hier dann dir ein Hintertürchen offen lässt, dass du da ein wenig liquide bist. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat dir ein wenig gefallen, dass du siehst, ich mache mir doch über die skurrilsten Sachen Gedanken, aber wie gesagt, dieser Krieg hier in der Ukraine hat uns das vielleicht doch ein wenig aufgezeigt, dass es hier im Punkt der Radioaktivität die eine oder andere vielleicht ein wenig zur Besinnung sollten kommen, dass vielleicht das Fukushima schon ein Stückchen weit von uns weggerückt ist, die Bilder schon wieder alle vergessen sind und dass wir im Prinzip in Frankreich knapp 100 Atomkraftwerke haben und ja, auch wenn der Strom jetzt empfindlich teurer geworden ist, aus was für einem Grund auch immer, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Zugänge, natürlich die Inflation ist sicher mal eine essentiellste Komponente, aber natürlich dieser ganze Mix Elektroenergie und Elektromobilität, wenn das alles aufeinander trifft, natürlich auch wir Kryptobergleute sind dann auch ein wenig daran beteiligt, also diese Masse der energiehungrigen Leute, Wärmepumpen darf man auch nicht vergessen, zusammentrifft, dass da das eine oder andere ausgelöst wird, das soll aber kein Grund sein, dass man diese Atomkraft so locker trocken weiter verwenden soll, wie gesagt, es gibt natürlich dann die rund 30.000 Atomsprengköpfe, damit die unsere ganzen Planeterde ungefähr achtmal in Schutt und Asche legen können, das ist auch ganz wichtig, dass man so viele furchtbare Waffen hat, weil es hat ja Nagasaki und Fukushima nicht ausgereicht, um die Menschen ein wenig von den hohen Ross runterzubringen, wie gesagt, dementsprechend versteht ihr dann, wieso ich mir ein wenig da in puncto Datum-Anstrahlung Gedanken mache, aber jetzt genug der Worte, ich hoffe, ich konnte dich da ein wenig wachrütteln und vielleicht gibst du mir ein Feedback, was du von diesem Produkt hältst, ich kann hier eher sagen, Hot oder Schrott, eher im Bereich zwischen Richtung Schrott, aber ich glaube, für das, was es gedacht ist, um in einem Extremfall, wenn wirklich ein AKW oder eine Atombombe im Umkreis von einigen hundert oder tausend Kilometern in die Luft geht, würde da so etwas sicher ausreichen. So, ich sage danke für deinen Zuschauern und ich wünsche dir trotz diesen schockierenden Ideen von mir und Zugängen, wie du vielleicht eine Umwelt ein wenig anders messtechnisch wahrnehmen kannst. Eine wunderbare Woche. Euer Mr. Meining. Tschüss. Baba.